ja hei und willkommen mein name ist an ihre p und ich begrüße euch zurück zu let's play super spaß ultimate und ja wir stehen kurz vor was auch immer das ding ist der finale boss du spielst und ja ich weiß nicht ich nehme man da drin geht es noch ein bisschen weiter also hier so dann mäßig weil wir bauen 50 kämpfer für einen meilenstein und wir haben ja 42 wo wir ja alles durchkämpft haben im moment und ja ich würde sagen der kämpfer der dieses dinge bekämpft oder betritt oder was auch immer passiert ist unser captain vollkommen los gehen wir mal reingucken was da los ist was passiert wenn ich von der anderen seite reingegangen wer keine ahnung meister abend einfach so eiskalt jetzt bin ich doch aber irgendwie neugierig was passiert dann von der anderen seite reingekommen wir haben wir gleich mal gucken das knie ich habe zeigert da dürfen mich noch mal heilen ja da ging ein von den beiden zu kämpfen ist eine absolute lache macht gegensatz ist wissen wir auch die schon gegen euch gekämpft habt zu zweit hat er macht mir jetzt hier noch probleme einzeln haben wir ja du hast eine hand ich habe ein knie meines hertha pass auf oh ja für geil und weg ich bin so nicht aber eben das ja da wir irgendwie so kommen gesehen hat dazu abläuft 11 12 sind es einfach 4 8 12 15 gut so jetzt bin ich aber gespannt was wir von der anderen seite eingekommen werden sie jetzt frei oder wer da crazy hand immer da kommt crazy hände wenn er mir so viele lerngewegen gibt dann bin ich dann auf jeden fall sehr cool weil ich habe euch so wie gar nichts ich habe 25 gut ich weiß gar nicht was ich mir als dieses holen will perfekte reflektors menschler schutz kann doppelt ultrasmash da wäre vielleicht nicht da wäre auf jeden fall sehr gut nicht gut ja ich glaube jetzt einmal rum und immer laden nicht in irgendeine sackkasse irgendwo ist immer eine sattkasse sowie hier alter wo hat wie komme ich da hin irgendwie ruhig so ein paar wege oder hier so machen können ich meine hier manchmal weiß man echt nicht wo man hin kann oder so oder da denke ich zum beispiel kann man auch nach rechts aber geht nicht war jetzt ein albtraum für mich das ist auch nicht richtig war sind hier so ganz rum war da war es furchtbar mein gott wäre ich lauf hier vollkommen sonst rum es wird gar nichts geil kira ein pures menschen ergibt ein bestes und gewinnen okay oder kaira kragen man könnte jetzt vielleicht wehtun ich glaube nicht natürlich schon der finale boss blitz aber mal schauen hat das ding dass man jetzt mal wieder gucken was der alles kann oder alter ehrlich da bin ich ausgerichtet na gut und dem betreut ja er hat er voll gemacht geil danke der angewiss relativ einfach das war schon wieder geil ja das kann damit kann ich locker aufnehmen geil schon wieder 100 prozent das der gedanken oder gedanke dass hier nach noch irgendwas heftigeres kommen könnte ich glaube ich war auf meinen auto heilungen dingen und ob er besser dafür sollte ich jetzt nicht helfen vielleicht doch oh gott schon wieder nein ich mache keinen scheiß noch mal nicht hat doch so gut wie gewonnen weil ich um ein heilungsding mehr da habe ich auch mehr ab werde ich habe mit kämpfen geschaffen kippen falken muss das universum retten wo so nebenbei naja meine werte von genau schon wundert warum ich immer noch so starke von schwächern geist jetzt aus grüße als knie wird die welt retten manche ich hab denn nicht jetzt wo ich die angriff ein bisschen kenne läuft sogar viel besser man geht noch mal kaputt das ist echt viel zu lang viel zu wenig zeit hey cool gut ausgewicht sehr gut das geht ja phase 2 oder irgendwie so nein klingt man stellt sich gegen mich bei dem jahr die papier sind sich aber nach einer zeit schnell oder viel besser gerade bei sehr gut aber vier prozent schaden ist ja ja vielleicht nur prozent schaden wer so weitergeht richtig gut kann ich bestimmt nicht so angreifende oh gott jetzt kriege schaden machst du da auch gott ich versuche mir nicht alles ich hatte so ihr beinahe verarschen lief so gut genau die mich daraus wenn ich da unten bin jungen warum schaden hätte es jetzt sein können schon blöden mist dinge jetzt tue ich mich natürlich tausend mal schlechter ansteigen als freien ja putz war das gibt es einfach nicht vielleicht brauche ich diesen hp klau der wäre besser eher ich noch mal verlieren mache ich das hey war isabel ehrlich weil ich so gut das knie mal komm her ja ja jetzt kommt wieder der an noch nicht link ist eigentlich nicht so schwer dann brauchst du auch nicht so schwer mir schon schwierigeres geboren war geht weg ehrlich auch das lief so gut vorhin soll ich mache hp klau hier spezialtechnik bringt es leider nicht so ich irgendwann war meine armangriff irgendwie verstärkt ich glaube das wäre besser ich dachte jetzt mehr angriffe und heilung mit schlägen ja ich glaube das ist besser ich mag ihn ja dauernd schaden noch mal bitte ein bisschen schaden hat halt nicht so sagen ich glaube es besser so wenn wir noch ganz schön schaden ich sorge für das ging dann ein gefeck ja gut ha see die dinger kaum ich wusste nicht wo ich mich da händler das klee und das ist mal wieder treffen ich habe es auch mit dem knie an sehr gut jetzt kommt der angst wieder oder bist du was man da machen kann einfach außerhalb von dem ding kommt da kann man sich gar nicht gegen schützen nein dann gehen wir jetzt nicht zu sehr auf den arten nein mein gott muss mir das jetzt echt so auf die nüsse ging gerade ja dieser blöde angriff hör auf damit und so viele von diesen wären doch ich werde zu drei prozent geil das auch gut wenn ich sonst mache hier wegen sagt man jetzt zeit diesen auszuweichen ich weiß noch weiß noch hier in diesen smash for boss hier sonst so gar nicht ausweichen so schnell wie er hat gemacht hat besser lasst mich aus was kommt das wieder hallo leute echt jetzt habe ich doch nie im leben jetzt ja geil auch mein gott es ist auch so fast jetzt auto eilung kommen das hat wie sie hat die nummer aus hier ich damit jetzt freig ich habe mich automatisch und mit jenen schlag also ich nehme ich jetzt nur ein auf gott mache ich jetzt wenig schaden aber was soll es halt so ein überleben ist gesichert ja weil wenn ich solche sachen mache ich denke ja warum bist du nicht wieder mal kaputt hier noch mal eine pause ich hab dir noch nicht mal damit ich mache ja kein schaden damit war nicht der anke ja eins musste mich natürlich noch treffen also ja ich war gerne immer diesmal kommt das mal kriegen wir hat damit habe ich nicht gesehen mann noch der hat mich noch getroffen ok kommen jetzt mein gott momenten hat so ein delay wurde eigentlich voll schnell hier diesen angefeindeten war da kommt diesmal obwohl wenig schaden noch gerade noch gesehen wo sicher ist der angriff wieder okay der einzige angriff der mir erledigt aber dann haben wir auch überlebt mehr ich glaube einfach so dadurch den gesehen na komm habe ich mir schon gedacht ich habe den gerade gegräbt wird aber diesmal kriegen wir das und da nicht der angriff worauf der den gesehen ich glaube ich bin jeden davon ausgerechnet jetzt kriegt noch dass das nein 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 oh gott gut kaputt noch eine form wie soll man sagen wie soll man alle gaben mir erlernen wenn man ja so sagt man nicht ob er jetzt der finale boston auch hat sie da fällt das schlachtschiff da geht das universum kaputt ok noch mehr ende warte warte das ok introducing the true final boss of this game ok jetzt kommt hier so nicht wenn sie mich verarschen ich habe ich gemacht ok das land der finstern ist geht's dir gut kämpfen falken er hat jetzt noch eine danschen noch ein er noch ok wir sind noch gegner stufe 2 oder ist ja noch eine ganze karte hier weit ok ich glaube ich werde ja noch ein bisschen beschäftigt sein und da kommen wir zurück als da irgendwas geändert da jetzt irgendwie neue sachen ich glaube nicht ich hoffe es nicht gut dann gehen wir mal zum wissens baum erst mal 75 cool angriff tempo luftsprung plus 1 ich glaube ich wollte hier daneben doppel ultras mensch aber wenn ich dann wieder gegen so ein boss kämpfe dann bringt das ja eigentlich nichts hält beim hohen schadenswert kurzzeitig die angriffskraft wenn während des sprintens ich habe hier irgendwo letztens was gesehen hier smash vergiften gelegentlich ist auch nicht schlecht da brauche ich erst 100 hierfür wenn euch 130 alter schlag items ich weiß nicht glaube ich will dann nehmen wird dann geht es hier anscheinend noch ein bisschen weiter könnte mir sachen verkaufen die mehr helfen wissens objekte lernen juwäle meine ich ich glaube die könnten mir ein bisschen mehr helfen ich habe der finale boss von dieser einen welt wäre irgendwie einfacher gewesen wenn ich mal an gesteuert hätte jetzt nur aus der nähe irgendwie angreifen wenn ich jetzt zum beispiel link oder so genommen werden glaube ich ein bisschen einfacher gewesen aber ich wollte es mit kämpfen falken machen und ich habe es mit kämpfen feinen geschafft also du verkaufst echt nichts mehr für mich nicht richtig an meilenstein dass ich den besiegt habe naja erstmal gucken wir gehen mal zurück 78 21 stunden spiel war schon da die siege kira mit ja ich hatte eigentlich sind dafür eine lüge konnte man noch gar nicht freischalten ja ja witzig dass man hier noch hingehen vielleicht gibt es ja ja noch eine legende ich kaputt hauen kann da ninten eine stärkere dingens angriffe versuche mal und ja ich habe vergessen also war einfach mal so sieht der derpy aus der typ dafür stück ehrlich verwalten die viel aus oder auch nicht aber deren alltag ich mache ja gar nichts anscheinend gegen die habe ich nicht ja du fährst hatten aber hatte die nötig mehr noch eine bessere ding ganz wenn es geht dass man kombi wie man es grün ja effektiv blau nä rot laufen und lauftempo ja und dann weiß ich mich ja könnte was werden ich hätte doch schon gerne die hp weil ich glaube die werde ich brauchen kampfbeginn mit einer grünen box ja warum nicht bei mir haben wir alle 50 prozent start schaden sind trotzdem noch so fit noch einer von den zweck ich bin auch gleich weg kampfbeginn mit einer grünen box einander nein dieser ein scheiß nein ich habe vergessen jetzt haben wir alle voll viel apne ja also ich habe die beine mit einem schlag weg ist gut ich habe mich einfach hier irgendwo eine ecke geht mal weg war junge da bin ich eine sekunde man nicht aber ich will das schaffen kommen egal wie lange er part wird mein gott gibt es ja noch naja die grüne box bringt es eigentlich nicht so katapultiere ist denn da bringt es mich so franklin batch bringt es auch nicht vielleicht bin ich weiß nicht spezial unten schild stärke keine ahnung gleich schläfische angriffe dazu zählt auch hier schwert angriffe physische angriff mal alter alter lass mich war junge weiter ich komme nicht ich habe den gar keinen schaden gerichtet hier und anderen karakter glaube ich damit funktioniert eigentlich diese viel zunahme hier an immer halte wenn sollten nehmen ich einfach versuchen vor jemandem mit fern angriff das ist meine geister bringen jetzt bringt es jetzt nicht so aber was soll es ich habe schon wieder vergessen links einzusetzen man für eine automatische einsetzen ich glaube übrigens ich kann auch einfach den er machen glaube ich ja jetzt auf jeden fall wir haben stehen nicht getroffen versucht hat man abzug zu absolvieren da kommen wir ja das müsste ich es war das neue charakterwechsel gibt es jetzt einfach nicht naja gehen war wieder auf immer sicher ich muss sie zwar nicht holen aber wenn ich schon wohl dann in die fresse war bestimmt immer noch nicht der zehnte sie angerufen hat jetzt der zehnte kommen nach mann und da muss ich sagen ich wende mal dir nichts vorgesehen wir uns wieder hat im klassischen muss wo wir nur noch drei charaktere wie ich haben und ja jeweils dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns ja nichts vor wir sehen uns ja nur Untertitelung des ZDF, 2020